Hallo. Hallo. Guck du mal mit deiner Kamera. Mhm. Geh. Oh, Mitte, Mitte, Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. What? Alles daneben geschossen? Letzter lebender Verbündeter. Ja, komm, erst ohne dass der Mann ist. Die hat... ...massen Dinge getan. Jet am Boden. Das. Haha. Okay, das ist nicht das Ace. Cockblock. Oh, bitte. Ich hab's aber auch von Mitte gehört. Ja. Ja. Oh, Scheiße. Ja, gut, ich hab die auch nur getroffen. Also, doch, ich hab's schon getroffen, aber ich hab so vervielfene Pistole. Ich hab's nicht auch nicht getroffen. Was soll das denn? Da komm ich wieder und ihr sollt dann verlieren? Achso. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. War jetzt, weil du nicht da warst, ne? Bis du unser Maskottchen zählst. Ich bin einer der Spur. Ich bin einer der Spur. Ja, ich hatte irgendwie... Die kommen A. Die kommen A. Die kommen A. Also, äh... Ja, ich sterbe nach dem Tunnel. Boah. Kevin, die ist übrigens Level 9 in Jet. Ah, jetzt ist krass. Noch ein Smurf. Ja, sonst wär aber langweilig. Ja. Jetzt geht's aber los. Geschützturm steht. Hier. Segner in der Mitte. Ah, die Skalf in der Mitte. Skye hat mit. Ja, auch immer an Arsch. Wir haben den Spike. Skye mit. Wahrscheinlich von Holzen. Ah. Molly. Ein Gegner übrig. Der letzte Vermittler. Oh ja, da war auch schon der Hund. Wo kommt die überholt? So. Ne, die ist eh... Ne, schon durch? Ja, ne? Ja, also On-Spot irgendwo. Oh! Oh! Ne, noch ne gute Waffe. Brauchst du nicht, ich merk's schon. Stimmt, haste recht. Classic, man. Oh, eigentlich hätt ich immerhin. Kaufe mir das immer? Ich kauf mir das! Oh! Danke! Ah! Puh! Guck, dann kann man die wieder mitnehmen. Oh, das wird jetzt bestimmt B und ich bin viel zu langsam. Quatsch! Mitte ist Erase. Mitte ist die Sky. Geil. Äh, äh, holz, 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 holz. So, so war's im Tunnel. Hier müssen wir dreißig. Oh! Entschuldigung! Oh! Hat keiner aufgenommen. Keine Sorge. Wie, nehmt nicht auf! Das war ein Witz, ne? Ah! Achso! Genug! Oh, ich hab auch meinen Zweikampf verloren, also von daher. Ja, aber das war schon hart, eigentlich. Keine Sorge, wir legen epische Musik drunter. Das macht sich besser. Wir machen Zeit-Loop und Schwarz-Weiß-Filter. Ey, die versuchen's aber auch immer noch weiter, ne? Ja. Käfig, ab links. Ach maaaannn. Ich hab' die Seite hätten wir so gehen können. Ich hab' sie gehört. Hör'n, das ist finanziell ein bisschen blöd. Das ist mir ein Bedürfnis. Ja. Ich spare noch. Fucky. Ich spare noch. Ne, in der Mitte kann ich das nicht bringen. Ich kann mir gar nichts leisten. Außer der Schottie! Ach ne, ist gegen den Schottie. Das ist zu teuer, fuck. Gemeinsam. Also ich mag die neue Map schon lieber als Breeze. Ich weiß das nicht. Ich find' Breeze nicht so schlecht, aber die Mitte ist halt richtig eklig. Hier kommt was. Naja, Elbow. Und Mitte auch. Hier. Ist durch. Gegner in der Mitte. Ich bin euch auf der Schott. Also ich find' bei Breeze die Mitte eklig. Ich find' A eklig. Das Einzige, was ich okay finde, ist B. Letzter lebender Verbündeter. Jetzt bin ich ein bisschen weg. Ach quatsch. Das ist super so. Guck mal, das war schon der erste Headshot. Aber die hat doch nur 20 AP. Wie hat die das überlebt? Spike platziert. Bist doch tot. Ne, das ist geil, mein ich. 16 hab' ich der Head gemacht. Aua. Kommt nicht. Wir sind Valorant. Wir sind Kämpfer. Na gut. Das ist natürlich schon wieder schwierig. Wir haben doch grad Gelkot. Die ich mein' die ganze Runde hab' ich. Ach ja. Quatsch. Comeback. Was tust du da? Kannst du kaufen? Ja, aber ich brauch' irgendwas um richtig Mitte zu gucken. Sie vergessen ihren Platz. Ne, Wendel. Passiert das gleich wie früher bestimmt. Guardian. Die Jagd beginnt! Oh oh. Nice. Am Arsch passt ihr das gleiche. Passiert einfach. Gegner in der Mitte. Nice. DSP. Ich komme. Könnte aber vielleicht auch schon weg sein. Da waren nur Steps. Jetzt bin ich um mich. Dam, 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 dam. Drei. Mit zwei. Wo gehen die lang? Äh, Elbow. Einer. Geil. Ein Gegner übrig. Okay. Letzter müsste Elbow sein. Oder halt vor B. Oder sie läuft ganz wieder zurück. Ich heile dich. Spray Control! Doch, ne. Zu hart hinnehmen. Der Spike ist hier. Ich hab dir nicht zuguckt. Sie hetzen davon. Und dann sterben sie. Jetzt könntest du bitte mehr sterben, damit ich den anderen auch zuschauen kann. Mhm. Danke. Danke. Ich kann auch noch streamen. Kannst du bald gleichzeitig verhalten? Nee. Aber ich hab schon wieder Angst auszutappen. Nee, mach das nicht. Ich hab aber auch schon Fensterlos, also voll mit Rahmen-Dings da. Aber das bringt irgendwie nichts. Kauf dir besseren Rechner. Ja. Nicht zu viel nach. Das ist meine Aufgabe. Das ist die Wiese. Ich mach mal in Rechner in Ruhe. Und gleich stützt er ab und dann ist das alles deine Schuld gewesen. Oh ja, ich bin mit in diesen Fakt. So, ich bin ohne. Zwei Meter. Gegner in der Mitte. Ah, da tue ich nur Freighter. Ja, und seit A. Zwei schon. Einer noch. Keiner mehr. Einer noch. Das klingt wie von Degels. Ja, Main. A-Main. Ja. Oi, oi. Ey. Lass den Himmel leuchten. What? Ah, Spawn und auch A-Punkt. Spike platziert. Ein Gegner übrig. Letzter Leben der Verbündeter. Scheint doch nicht. Ah, so knapp rüber. So knapp rüber. So knapp rüber. Funktioniert die Technik noch bei allen? Stand da sogar knapp. Ja. Das war nicht, weil die Gegner knapp gewonnen haben, weil du knapp verfehlt hast, denn das dann. Knapp. Ja. Ein Loch hauen. Oder... Echo. Die Runde kann ich noch so halb. So, ich hau jetzt ab. Wenn ich das Video in einem Jahr sehe, möchte ich das da, dass das mit dem Win endet. Danke. Bitte. Hallo an den Zukunft, Kevin. Du hast einen echt geilen Buddy. Tschüss. Ganz viel, ganz viel los hier. Ganz viel los hier. Party People oder was? Ja. Geil. Geil. Wall. Rainer auch rechts. Die Skye ist aber low. Links, links, links. Ach, sterb ich denn schon wieder? Die ist low. Danke. Sky ist auch low. Okay. Die hat den Spike und pusht mich in der Mitte, wo ihre Mails alle auf B sind? Was ist denn mit diesen Leuten? Vergesst nicht eure Finger ab. Warum nütze ich das denn? Du aufgehst. Soffen. Das gehört sich so an einem Tatort. Wieso hab ich grad verkackt? Jetzt könnt ihr nicht kaufen. Wieso hab ich nicht 3,9? Ob ich blinde bin? Platziere Tom. Aber wenn ich glaub ich Echo mach, oder? Ich spare noch. Ja, komm, eine Runde Echo wäre glaub ich nicht schlecht. Ja. Für dich, kleine Schwester. Oh, das ist ne tolle Kamera. Oh, bitte. Oh, wow. Aber die war hinten im Fenster. Die ist noch lang weg. Der Rauch ist raus. Ah, ja. 110 Uhr heilt sich aber. Rechts. Gegner am Boden. Letzter Leben der Verbündeten. Ach, glaub ich's gut drauf rein. Wie viele haben die davon? Da kommt's. Ich werde dich entscheiden. Wir sind bereit. So. Alle wichtigen Leute können. Find ich gut. Äh, okay. Sag dir der schlechteste. Die Runde davor lief so viel besser. Lieber. Platziere Tom. Mütter. Mitte viele Ja auch immer anmarsch Meine Kamera ist tot Ach komm die geben Headshots Schlecht gezielt Gegner getötet Da waren aber noch mehr Mitte Zwei noch Mitte Ewig war offen Ja aber wir müssen das Match doch gewinnen oder nicht? Ne ich glaub nicht Na? Klar Ne wir haben doch auch Ränge bekommen aber wo wir verloren haben Da ist recht Also doch Bloß die gehen jetzt fliehen Ich glaub schon Spike platziert Was ist das denn für Arsche hier? Ja sonst safe einfach Ja ich versuch's Ne die camp noch eh mit zwei Operatorn Die aim nicht auf drei Kilometer ab Die aim nicht auf drei Kilometer ab Wenn du da jetzt raus laust Eliminiert Ah jetzt würde ich tatsächlich nicht viel weiter gehen Ne Don't do this Käfig kein Problem Schade Das wär Das wär Der Hut gewesen Oh hätte es Bisschen anders gehockt hätt's es nicht geschafft Dann wiederholen wir das hier Ja Geschützturm steht Geht in Deckung Boah Alter sie hat mich fast Weg oben Oh bei mir Bei mir Hier Aus dem Weg Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Boah Alter ey Letzte Runde in dieser Hälfte Sperrt nicht unnötig Gebt alles aus bevor es weg ist Seht zu und lernt Seht zu und lernt Geschützturm steht Parasit Wie ist jemand Gegner in der Mitte Sie werden sich freuen Anfänger Hör auf Hör auf Hör auf Drei Schade Chris Puh Hör auf War er der besteh Auf Hör auf Ein Gegner übrig. Ja, genau. Nee, die ist los. Okay, kommt hin. Ah, der Konflikte. Die ist rechts. Die ist zurecht gelaufen. Gut. Gut. Nächstes Mal bin ich noch ärmer. Das wird zwar schwer, aber ich streng mich an. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Ah, was wollt ihr denn? Jetzt gewinnen wir hier die Runde und dann geht's ab. Dann sind wir im Cache-Modus. Die Randoms, ja. Ich smoke alles ab und plante und ihr covert mich. Ja, wir müssen nur planten, dann haben wir schon mal drei Verteidiger für die das dann verteidigen. Cool. Wir müssen überhaupt noch den Spot schaffen. Das ist das andere Problem. Zeit für einen Feldtest. Na gut. Ja. Rauch ist raus. Spoken rechts. Gegner bei A gerichtet. Da ist noch einer hinten rechts. Ja. Auf einmal wird defensiv bleiben. Nicht gesnipet werden. Wie geschirrt. Fuck. Rayna ist wieder voll. Aufpassen. Nice. Ah, hinten rechts ist die Raze und für Dings musste die... Einer defuse. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Nice. Woooow. We did it. Jaaaa. Macht euch bereit. Wir kämpfen ein neues. Ja, die waren aber auch zum Glück alle low. Das wär also nix gewesen. Lucky schreiben die. Das war einhundertprozentiger Skill. Die haben GD geschrieben, die haben aufgegeben. Die geben jetzt auf. Ja. Die bringen sich jetzt selber um. Zeit für unser Kampf. Mitte A, oder wir? Äh, Mitte A. Ja, komm, das machen wir. War langer richtig durch. Äh, die Mitte ist irgendwo in die Mitte gepusht. Ich meine die Jett. Äh, oh bitte. So, Drifter. Zwei hier. Zwei hier. Einer. Rechts, 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 rechts. Oh, die Arme. Lade nach. Da hat's ein Tore gesprayt. Bleibt noch wieder weg. Platziert den Spike. Lade nach. Spike platziert. Ein Gegner übrig. Schön. Seil. Rutsche. Also hinten hier. 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 Egal, kein. Aua. Ich zeig mich nicht mehr. Danke. Ein Plan. Knallt einfach die Bösen ab. Knallt einfach die Bösen ab. Ein Plan. Die können nicht richtig kaufen. Sollen wir das nochmal so machen? Ja. Unterwegs. Unterwegs. Euch. Ja. Nein. Na gut. Nein. Er zittert. Lauft. Geh zu A. Ja. Ja. Auch im Anmarsch. Ich hab gar nix hier im Scheiß. Nehme ihm die Sicht. Vorbereitet erstmal. On side. Oh, das war Teamwork. Lade nach. Aber da ist noch einer, oder? Ah ne. Den haben wir. Platziere nach. Lade nach. Helfen, helfen, helfen. Hinter dir unter euch liegt ne Wende. Geschützturm steht. Beide hinten. Wobei, die ist. Ne, ich sag nix. Ja auch, ist raus. Du könntest abhauen und dann. Hulten. Ja. Diskant. Ein Gegner übrig. Letzter Leben der Verbündeter. Ja, mach einfach Hult. Will auch safe. Nice. Lass den Himmel leuchten. Nice. Ich krieg's noch ne AK. Da ist die AK. Ja, die hat eine. Oder irgendwas. Sonst außen rechts. Ja, nice. Das reicht ja schon. Wie wird das wohl diesmal? Sind schon irgendwelche Musler aus jemand? Danke. Nein. Danke. Na gut. Jetzt will ich tatsächlich mal viel versuchen. Gut gemacht. Was ist das für ne Mucke hier? Was gibt ne Mucke? Da hast du die Boxen rein. Geil. Scheiße. Die abgehauen? Ja. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. Lass mich schieben. Stehle die Sicht. Mitte 2. Kamera weg. Sollen wir gleich wieder zu B gehen? Können wir. Jetzt jetzt B. Jetzt B, oder? Ja. Die Rainer ist da. Fuck. Zwei ist da. Letzter lebender Verbündeter. Aaaahhhh. Nicht direkt vor mich gehen. Ja, ich wusste nicht, dass du da... Also... Ich wollte schnell... Okay. Zwei ist da. Na, kann ich auch. Ich auch. Hör ich sowieso. Mitte A hat irgendwie am besten funktioniert. Ja. Sollen wir nochmal... A. Oder nochmal Mitte A. Never change und so weiter. Oh, Starex! Wenn wir beide gleichzeitig pushen, kann das ja funktionieren. Rauch im Anmarsch! Also kann beide Seiten pushen, wenn ich... Nehme ihnen die Sech... Nehme ihnen die Sech... Das war wunderschön. Nehme ihnen die Sech... Nehme ihnen die Sech... Hintere Box, Hintere Box. Hintere Box. Hintere Box. Lade nach. Legen. Ah, da ist einer! Oh, what? Wo ist denn der? In der Ecke. Hintere Box, ja. Ich bin euch auf der Spur. Das war Scheiße. Hintere Box, ja. Hintere Box, ja. Hintere Box, ja. Letzter Leben der Verbündeter. Hintere Box, ja. Nein! Deswegen muss die A-Seite auch pushen. Die A-Main-Seite. Bist du da nicht gepusht? Ne, ich war ja mit euch. Die Randoms waren da leider. Ja, aber die waren nicht weit genug. Euaah. Ah. Da sind so gut. Ich hab jetzt Null da einen erwartet. Ich spare noch! Wir alle, anscheinend. Oh. Und wie gesagt, ich dachte halt, unser Maid pusht da. Armeen, und dann... Ja, das dachten alle. Hinten rechts hat nen Headshot. Oh Gott, Rayna gepusht, Rayna gepusht. Sehr nah. Ach, da auf! Der Bündeter. Spike in A. Eiko Mio. Ja, ist zu der Zeit, Kevin. Das hört wohl nichts. Ne, 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 ne. Never give up. Ich bin auch voll dabei. Ich glaube nochmal Mitte A. Das ist Mitte A. Funktioniert jetzt. Mach Giz den Frontpusher. Oder? Okay. Also den rechts hier, mein ich. Wie rechts? Ne, da wo wir eben verkackt haben. Ja, ja, okay, kann ich machen. Ja, doch, doch. Bist du da seid, finde ich da auch. Ja, warte, dann chillen wir kurz. Ah, okay, und dann chillen wir kurz. Rot, rot im Deck. Ah, der Killjoy ist auch da. Äh, ne, so war. Du bist noch nicht kaffig, Kevin. Ehrlich. Oh, danke, danke, Kevin. In deiner Mitte. Sturm aus Fein. Stimmt so war, nice. Ah, sieht freu aus. Hinter euch, hinter euch. Mitte. Scheiß drauf. Oh Gott, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Oh, da ist auch weiter. Oh, da ist auch weiter. Oh, da ist auch weiter. Auch hinter uns. Ah, ey, ich kann nix mehr. Letzter Weg, hündeter. Nein! Ah, ich wollte noch in Deckung. Wenn wir deswegen verlieren, war ich definitiv. Platziere Nanoschwamm. Platziere Nanoschwamm. Oh, oh. Warum guckt die denn ja doch fallen? Ach, okay. Ja. Kein Smurf. Äh, ist ein Smurf, meine ich. Knapp. Ah, hab ich geklappt. Jetzt ich aber auch leider verraten. Äh, ich hab aber auch komplett akkakt. Ich hätte ihn easy holen können. Reiz noch für Gold. Mal gucken. Ja. Ja. Das ist ja nichts. Ich bin noch vor Floor bestimmt. Ich hab jetzt noch 27.